Sie wollten mich sprechen? Ja. Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen. Gut. Oder aber auch Zeit, dass Sie diese Toasterhandwerker rausschmeißen. Die haben mir ohnehin nichts gebracht. Ich werde sogar alle Reparaturarbeiten am Schiff einstellen. Geben Sie den Befehl aus. T.Crew soll anfangen, die Galaktiker auszuschlachten. Sie sollen Waffen und Ausrüstung einpacken. Schicken wir morgen erst mal die Zivilisten. Ich bin von Bord. Die gesamte Crew und die Ausrüstung überführen wir bis Ende der Woche. Was? Wir verlassen dieses Schiff high. Nein. Nein, das können Sie nicht tun. Ich habe keine Wahrheit, Saul. Sie liegt im Stern. Das wissen wir beide ganz genau. Als ihr XO kann ich Sie das nicht tun lassen. Das mache ich nicht. Sie haben mich nie im Stich gelassen, Saul. Ich kann Ihnen keinen Vorwurf machen. Für das, was Sie sind. Besonders, dass Sie auch... ...unter diesen Umständen der beste Offizier und Freund sind, den ich je hatte. Dieses Schiff hat uns nie im Stich gelassen. Also werden wir es stilvoll verabschieden. Dann machen wir das also. Sie war eine große alte Lady. Die größte. Auf die Galaktika. Das beste Schiff der Flotte. Auf die Galaktika. 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 Untertitelung des ZDF, 2020